Hallo zusammen, heute am letzten Spieltag der 2. Liga. Die Spielvereinbarung der Fürth ist nicht abgestiegen. Schade, sonst hätte ich euch jetzt im Stadtteil 4. einen Beutzplatz spendiert für eure 5 Zuschauer. Nein, Spaß, natürlich haben sie 10. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von City Skyline. Tja, in der letzten Aufnahme haben wir ja angefangen... ...unsere Stadt schon mal umzubauen, hier mit Affenhausen. Jetzt muss ich erstmal gucken, ich brauche 55.000 Einwohner, um... ...weiter freizuschalten. Ich habe ja gesagt, ich werde jetzt erstmal... ...ja, ja, ja. Ich werde erstmal... ...ähm, was werde ich jetzt erstmal... ...so, ich will aus dem Konzept raus, egal. ...ähm, ich werde natürlich erstmal versuchen, noch die Sachen, die mir im Endeffekt... ...ähm, äh, fehlen frei zu bekommen... ...bevor ich dann, ähm, alles komplett umbaue und genug Geld einsammeln. Ein bisschen habe ich schon angefangen, ich habe ein neues Industriegebiet aufgebaut, Affenhausen. Ähm, wenn euch mal ein besserer Name einfällt, könnt ihr mir den gerne schreiben. Natürlich sind wieder Gebäude leer, das ist logisch. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. So. Und ich glaube, da sind auch jede Menge leer, wenn ich das vorhin schon mal richtig gesehen habe. Ja, aber es ist klar, wir wohnen schon gerne in Fürth. Ähm, auf jeden Fall... ...werde ich damit heute weitermachen. Hoffe ich doch zumindest, also erst einmal hier dahin zu kommen, dass ich die 60.000, äh, die 55.000 habe. Dann kann ich im nächsten Quadrat aufbauen und meine Autobahn verändern. So, die Mülldinger entleere ich, das sieht alles ganz gut aus. Gut. Die möchten, dass ich das Industriegebiet erweitere. Ja, ja, also Berlin wäre aber komplett irgendwann abgerissen oder neu gestartet. Echt, das ist ja eine Katastrophe, ist das? Mega Stau auf der Autobahn, was ist denn da los? Ziel ist ja meine Verkehrsdichte in den Griff zu bekommen. Das funktioniert scheinbar aber noch nicht ganz so. Ja, ich habe noch keine U-Bahn, ne? Das wird noch kommen. Ich soll vielleicht einmal auf die U gucken, wenn ich aufnehme. Naja, gut. Okay, ähm. Meine Milchverbindungsanlage ist abgebrannt. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja. So, ich habe 300.000, das ist ja schon mal was. Ich brauche Industrie. Tja, das kann ich momentan nicht bieten, ne? Denn ich brauche erst Einwohner. Warten wir lieber noch ein bisschen. Wobei, ich könnte ja Bürogebäude auch ein bisschen setzen, neue. Weil es, ähm, das hier, gut, das kann man vielleicht noch ein bisschen nach außen dehnen, aber viel kann ich da nicht machen an Silikon. Weil, könnte man theoretisch hier nach oben ein bisschen was setzen. Ähm. Jetzt gehe halt rüber, du Idiot. Das ist mit dem zweiten Monitor, das ist noch ein bisschen doof. Nach wie vor. Das ist jetzt verbunden schon, oder? Nee. Was brauche ich denn da schon für ein Mistzahn? So. Das dürfte jetzt funktionieren. Wobei ich hätte auch einen eigenen Betrieb habe, also so ist es ja nicht, aber ich werde wahrscheinlich etwas Strom abzapfen müssen für die andere Seite. So. Das sieht wieder so scheiße aus. Und da ist eine dre... Sechsspurige. So habe ich denn eine sechsspurige mit mir reingebaut. Okay. So. 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 Gut. ich glaube die wollen wirklich industrie haben was natürlich jetzt noch nicht geht weil ich hier noch nicht runter bauen kann richtig aber gut vielleicht die 1700 leute noch zusammen wieso haben die da drüben keinen strom ist doch genug vorhanden habe ich da irgendwie eine leitung jetzt gekapert die nicht sein sollte so haben sie keinen strom sind noch alle im netzdeckungs bereich die kriegen alle strom da das passt es wird doch gehen unsere müllwägen die stehen im stau schauen ob das was hilft ja gut so strom haben sie wieder da ist ein gebäude was ist denn da jetzt los warum haben die da hinten kein strom wenn die mich jetzt verarschen so 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 macht da muss ich klicken ja so das sieht man ganz einfach wenn man den sturm anklickt welche gebäude leer stehen das ist cool ja ich weiß aber nicht warum die drüben keinen strom haben ich verstehe das jetzt gerade nicht dann legen wir mal hier die leitung rüber dann tun wir doch einmal von der scheiße falsche taste das hier brauche die haben etwas strom ok sind ein bisschen langsam heute unsere stromleitungen so prüfen wir mal den mill kurz wie es da ausschaut 12% voll 34% voll 33% noch voll 19% noch voll also ist noch ein bisschen was zu tun einundzwanzig dreißig und es ist 11 oder 1 schweißer geschichte augen elftens ok noch 300 leute dann kann ich ein neues äh äh ding dazu bauen dann kann ich meine autobahn weiterbauen ich weiß nur noch nicht nur noch nicht wie ich das machen soll wasser da haben wir doch genug noch es gab ja ein neues update bei steam für den vielleicht haben die da irgendwann scheiß gemacht aber auf jeden fall es kann doch nicht sein dass da jetzt hier überall strom fehlt also das ist doch eine verarschung ist das doch jetzt warum zum geier ach das kann höchstens daran liegen dass das das stromwerk hier nicht mit dem hier verbunden ist warte mal wollen das ja eh alles wieder schütten ach fick dich ah ja ich kann mir einen flughafen bauen sehr schön das bringt den brauche ich aber jetzt momentan gerade nicht so vielleicht ist das dann weiter ich sollte vielleicht auch die sachen dann da verbinden so als allererstes kommen unser gebiet hier unser ding jetzt kaufe ich das hier hole ich jetzt ja kostet mich 21.000 müll 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 ja ja so jetzt schauen wir mal ich müsste halt jetzt ich habe vergessen wasserleitungen zu legen in mein neues gebiet so so ähm machen wir mal kurz Pause hier 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 so so Oh, to burn? Oh, to burn?